Berlin-Ostkreuz. Die Zeit für den Bahnsteig A ist abgelaufen. Der 1906 errichtete Bahnsteig wird morgen am Samstag im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofs Ostkreuz abgerissen. Damit geht nach 103 Jahren auch ein Stück Eisenbahngeschichte in Berlin zu Ende. Das Berlin-Fernsehen besuchte für sie noch einmal den Bahnsteig A, um die letzten Bilder einzufangen. Mit dem Abriss des Bahnsteig A sind die Berliner aber auch ihrem neuen Bahnhof Ostkreuz ein Stück näher gekommen, auf dem dann in Zukunft auch Regionalzüge halten werden. Der letzte Tag war ein ganz normaler Betriebstag, wo auch hier noch einmal die letzten paar Gäste ausstiegen. Bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, machet gut, alter Bahnsteig A. Tschö, so long und goodbye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017